ja bevor das Video hier anfängt erst mal vielen Dank für 170 Abus ist eine saftige Runde geworden insgesamt über 30 Kills in WeBird da waren noch 4er drin hier sieht man noch aktuell 3er und ja und vergiss nicht ich spiele immer noch mit einer Hand und das ist brutal was ich manchmal raus hole lasst ein Like Abo da let's fucking go in der Luft und fliegt dann direkt zum Ding Philipp du Spacken statt zu fragen warum ich schreie können sie vielleicht Dennis sagen dass ich den rufe hier du äh Specki warum rufst du ihn wenn wir am zocken sind Junge weil ich meine Boxer-Talks haben wollte willst du starten ich habe einen ich habe einen Hör nur den Hintergrundpulissen nicht euch aber du hast von einem feindlichen Team verfolgt vom Spiel oder Hintergrundpulissen vom Spiel oder Hintergrundpulissen aufgeschlossen gut gemacht wenn ihr mit mir redet redet lauter ich höre keinen das ist ja gar nichts erlass mal zu denen du bist ja ganz woanders ich komme zu uns ich glaube wir können loadout kaufen ich komme zu euch wo ist mir zuviel los erst mal mit deutsch so laut herzschlag ist ja keiner ich komme sie haben die slowdown gekauft hinter uns oder was oder vor uns hier will jemand hochkommen unterwegs hier neue position da ist noch einer auf dem dach pass auf wir sind in der sicherheitszone hier oben ist noch einer pass mal auf 4 warte bei mir bei mir bei mir ich bin unterwegs hier vorne alles gut ich hab dich es hat selbst vor allem einfach durchgezogen fühle ich digga mies alle warte hier lag noch eine muni kiste mach mal bitte muni kiste die habe ich ich brauche eine mp aber ich brauche eine mp oder sowas äh der hat der spielt einfach nur Sturmgewehre der wichs was das für ein schmuggel das ist ja hier unter uns ist momentan die meter noch eine andere waffe da landet einer er hat auf den pushen oder da ist einer unterwegs einer ist der hat hier ja du hier 40 wo bist du hier hier die erneut er ist einer noch bei meiner leichte bei meiner leichte ist einer mit einem dreißen mit einer goldenen ja diese auch über die die bürste richtig ist unnormal stark aber hätte ich jetzt noch den schalldämpfer noch besser er ist ja nicht mehr nur zu dem leute erlaubt hat kommt das ist mein gut ich brauche das alles ich brauche nur platten aber naja ich kann mir platten geben hinter euch ich hab den angehittet ja wenn er 5 hat sie wieder liegen lassen da oben ist einer wobei mark hat der guckt immer am fenster raus unterwegs da du brauchst jetzt platten phil 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 auch wie auch immer zielgebiet markiert feuerfreigabe ja ich hab zwei oder so da landet einer da landet einer Achtung kein treffer diesmal das gas kommt ich hätte mir jetzt finisher gegeben eiskalt ne den hab ich vorhin schonmal getötet das kann ich nicht machen ne nochmal ne nochmal ich komme ich komme ich komme oben sind noch zwei glaube ich hier aufs haus noch ja einer schiffe wiederholt ausgeschaltet na warte ich hab den m3 zieh und die mac legen hier vorne der gelandet ist hab ich inster aktivität aktivität hier ist noch einer drin glaube ich Boah, diese Meck ist so nice! Digger, ich liebe meine Meck! Bei mir, bei mir! Digger, ich konnte nicht weg, weil ich nachladen musste so einen Müll, Alter! Bei niemandem hat mein M13 geklaut, ah ne die ich gemischt. Ey, versuch, versuch! Rann weg, ran weg! das ist einer ist da und erholt ihn gerade sehr wahrscheinlich wieder ich habe leider keine granaten oder irgendwas ich gehe hoch mit roten stelle K.O. Hier unten noch! Ja! Abziehen! Jammer! Jaja, elf Kühlschuld bei mir! Junge, was ist denn für ne Runde, alter? Ja geil, Alter! Du kapierst eigentlich! 6, 12, 13, 24, 24, 24, 26, Alter! Ja, wir sind die Beste, Alter! Geil, ey! Junge! Die sind aus, die flossen ja so rein, aber hätte ich diesen... Ich hab irgendeinen Mac-10 von irgendeinen Render Tüten aufgeholt, die wirklich wild! Du, Schussverkauf war Wackers, der Ende? War schon, ja! Ich hol den für, wenn wir wiederkommen, oder so! Also, ich habe keinen Geist, ne? Ja, ich hab auch keinen Geist, ne? Ja, ich hol den jetzt geil! Wir haben Aufklärung online! Ich hab aber auch keinen Geist, lass die hier nehmen! Ich hol die! Geil, jetzt sind sie jetzt auch nicht! Ich hol sie jetzt nicht! Wollt's lieber, wenn ich wiederkomme! Ey, du kannst das eh, wenn du wiederkommst, kannst du das eh nochmal! Ne? Digga, jetzt hat's schon wieder die Waffe nicht gewechselt! Ich liebe... Ey, es ist Mordshot! Es ist Mordshot! Jetzt noch einer! Achtung! Du Hurensohn! Hey, warum hab ich seinen Namen? Pass auf, Clemer! Ja, ich hab Schaden bekommen, fühl ich Digga! Fühl ich, fühl ich, ja! Das ist meine Waffe! Geil, Alter! Lass bitte meine M13 noch unten liegen! Ich hol mir oben meine M7 einfach! Neue Sicherheitszone wird markiert! Boah, ey! Das Schöne ist, ich komm trotzdem noch wieder! Hihihihi! Aber ich weiß nicht, ob ich bei der Ausrüstung landen soll! Guck mal, ob die Ausrüstung reinigen, was noch safe ist! Sieht so aus, oder? Warte, ich geh, ich geh hoch! Ich muss von oben gucken! Es sind noch drei! Es sind noch voll! Ey, jetzt hast du meine Dings weggenommen! Ey! Nicht cool, Pian! So, jetzt seht ihr mal, wie das... Es wird die Fall alles weggenommen! Mann, er ist doch nur die Wände! Hier sind alles Fullteams! Nein! Unter dir war einfach drin, ne? Habe einen noch, da hinten! Endaktivität! Ja, es kommt! Kontakt! Kontakt! Was mich... Ach nee, du hast kein Geld, leider! Scheiße! Wo ist denn der nächste Kopf? Nein! Nein! Habt ihr ihn ausgelöscht? Nein! Nein! Es sind noch... Es sind noch... Der hat genug Geld! Der hat genug Geld! Oh, ich krieg die Ausrüstung bestimmt nicht mehr! Oh, Alter! Machst du neu auf! Sind sie da unten, oder was? Ja! Irgendwo! Ich seh sie aber nicht! Seegebiet markiert! Feuerfreigabe! Pass auf! Stryker 3-1! Alles klar! Luftschlag im Anflug! Wo ist meine Dings? Hä? Einer K.O! Zwei... Alle... Alle drei K.O! Ich kipp's doch nicht! Ich... Pass hier mal meine... Das sind eben die Leute, ey! Geil, Alter! Alle... Alle... K.O. gemacht! Wer hat das Knifffern im... 35 Kills, glaube ich, Digga! What the fuck! Bum, 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 bum! Ich bin weg, Junge! Das sind die Kills, Digga! Wer ist dieser Kaiserer? Wer ist dieser Mann? Digga, ich fick die alle, ey! Das ist Janis mit seinem Milo-Header. Bum! Digga, drei Kn... Knock, Dennis! Drei Knock mit meinem Pretty! Ab hier ist raus! Hör, ne! Hör, ne! Hör, ne! Drei Knock, also... Drei Knock, also... Einer, das war Big Play mit dem Pretty! Hör, ne! Zeig mal Kills, Alter! Hör, ne! Bei Pia hatte ich glaub' einen... Ja, also haben wir jetzt 17er... Äh, 27, 34, 34, 35, 35... Dein Meik, lass ihn, leichter, lass ihn... Lass ihn, lass ihn, lass ihn... Lass ihn, lass ihn! Löw, lass ihn, lass ihn! Lass ihn, lass ihn! Untertitelung des ZDF, 2020